Chile ist eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas und wird daher oft als Vergleichspunkt gegenüber seinen Nachbarn herangezogen, die mit chronischer Instabilität und wirtschaftlicher Misswirtschaft zu kämpfen haben. In Wirklichkeit ist Chile jedoch eine sehr einzigartige Nation, die trotz der Tatsache, dass sie sich in derselben geografischen Region befindet, viel mehr mit Ländern auf der anderen Seite der Erdkugel zu tun hat, als mit denen auf demselben Kontinent. Auch der wirtschaftliche Wohlstand ist eine Untersuchung wert, denn Chile ist nicht nur eines der reichsten Länder der Region, sondern auch eines der Länder mit der größten Ungleichheit weltweit. Niedrige Steuern, lockere Vorschriften und ein äußerst unternehmensfreundliches Umfeld lassen viele Ökonomen und Kommentatoren fragen, ob dies das Erfolgsgeheimnis ist oder ob das Land, seine Bevölkerung, seine Ressourcen und seine Zukunft für einige gut aussehenden Wirtschaftszahlen von heute verkauft hat. Die Bedenken hinsichtlich dieser Ungleichheit lassen nicht nach und das Land gerät jetzt in eine gefährliche Lage, in der seine Bevölkerung zwar genug hat, wofür sie kämpfen kann, aber nicht genug, um etwas zu verlieren, wenn es seine Meinung äußert. Nun ist das an sich etwas, das wir auf diesem Kanal schon oft untersucht haben, aber über diese internen Probleme hinaus lohnt es sich zu verstehen, was sie für die externen Interaktionen mit dem Rest der Welt bedeuten könnten. Wenn wir an natürliche Ressourcen denken, denken wir in der Regel an Öl und vielleicht an Eisenerz, aber diese sind relativ weit verbreitet und obwohl es Kartelle wie die OPEC gibt, die das Angebot einschränken, gibt es immer noch eine relativ große Auswahl an Lieferanten, bei denen die Menschen ihren Dinosauriersaft bekommen können. Chile hingegen ist für den Export eines Drittels des weltweiten Kupfers verantwortlich und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem dieses Material in mehr und mehr Fertigprodukten als je zuvor enthalten ist. Das Land hat sich durch die wohl übermäßige Ansiedlung ausländischer Rohstoffunternehmen zu einem Bergbau-Kraftpaket entwickelt und wenn die Bevölkerung beschließt, dass sie es satt hat, ihre Ressourcen zu verschenken, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Chile ist also mehr als nur eine Fallstudie über den relativen Erfolg einer südamerikanischen Nation oder die Probleme der Unterbesteuerung und Regulierung. Es ist ein wichtiges Land, das wir allein schon aus eigennützigen Interessen im Auge behalten sollten. Also, wie wurde Chile zu der offensichtlichen Erfolgsgeschichte, die es heute ist? Hat sich dieser Erfolg wirklich in einer hohen Lebensqualität für die Menschen niedergeschlagen und schließlich könnte das Land diese Probleme angehen, ohne einige der wichtigen Industrien der Welt zu lähmen? Sobald wir diese Fragen beantwortet haben, können wir Chile in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufnehmen. Nach der Unabhängigkeitserklärung von Spanien im Jahr 1818 dauerte es Jahrzehnte, bis sich die chilenische Regierung zurechtgefunden hatte. Das Ergebnis dieser politischen Machtkämpfe war jedoch die Ernennung einer Führung mit anderen Prioritäten als die der meisten anderen Nachbarn im 19. Jahrhundert. Im Laufe der Ausarbeitung der Verfassung wurde klar, dass das Hauptziel darin bestand, eine wirtschaftsfreundliche Regierung aufzubauen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Chile eine reine Demokratie war, die die Interessen des Volkes im Blick hatte. Weit gefehlt. Es gab jedoch Zeiten, in denen die Verwalter die Macht nach, wenn auch langen Amtszeiten, friedlich übertrugen. Und Frieden ist hier das entscheidende Wort. Sicher, die Amtszeiten waren lang. Es wurden Kriege geführt und die Macht wurde an jemanden übertragen, der dem vorherigen Verwalter nahestand. Aber die ursprüngliche innenpolitische Stabilität Chiles war etwas, das viele andere lateinamerikanische Länder nicht erreichen konnten oder zum Teil auch immer noch nicht erreichen können. Diese Stabilität ermöglichte es dem Land früh, sich auf wirtschaftliche Ziele zu konzentrieren, ohne dass diese durch eine ständige Welle politischer Umwälzungen zunichte gemacht würden. 1870 begann Chile mit seinen ersten großen Bergbauprojekten und 1896 war das BIP pro Kopf doppelt so hoch wie in Mexiko. Kurz darauf wurde diese Stabilität durch einen Bürgerkrieg unterbrochen, der aus dem Wunsch heraus erstand, das Verfassungsrecht zu ändern, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Kraft trat. Danach begann Chile seine Ressourcen für Investitionen in Infrastrukturprojekte, Bildung und andere öffentliche Dienstleistungen zu nutzen, was qualifizierte Arbeitskräfte aus Europa dazu ermutigte, sich in den großen Hafenstädten niederzulassen. Es ist wichtig zu wissen, dass die frühe Friedensperiode in Chile das industrielle Wachstum förderte, denn was folgte, sollte die Wirtschaft für fast ein Jahrhundert stagnieren lassen. Der Kompromiss starker, aber nicht ganz so demokratischer Führungspersönlichkeiten, die aber die Wirtschaft zumindest auf Kurs hielten, begann zu bröckeln. Was eine Reihe interner Konfikte auslöste, die Chile zwingen sollten, sich vielen seiner instabilen Nachbarn mit einer eigenen Reihe von Staatsstreichen anzuschließen, oft aus dem Wunsch heraus, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Erst in den 1980er Jahren, als das amtierende Regime nach dem Ende einer achtjährigen Amtszeit dem Druck der Opposition ausgesetzt war, begann Chile sich politisch und wirtschaftlich wieder zu erholen. Das Land erlebte einen stetigen Wechsel von Erfolg und Misserfolg, was aus offensichtlichen Gründen für viele Länder in Lateinamerika und den Rest der Welt sehr interessant ist. Wie also haben sie es dann geschafft, sich aufzurappeln? Die Erholungsphase des Landes war ein kleines Wirtschaftswunder. Die Betonung liegt auf ein kleines, denn es war ein enormer Arbeitsaufwand und vor allem Zurückhaltung erforderlich, um Chile wieder als Beispiel für lateinamerikanischen Wohlstand auf die Landkarte zu bringen, zumindest auf dem Papier. Die Geschichte dazu ist ziemlich bizarr. Viele lateinamerikanische Länder haben staatliche Unternehmen. Viele Länder sorgen dafür, dass so etwas gut funktioniert. Norwegen ist unser klassisches Beispiel dafür. Aber in vielen lateinamerikanischen Ländern, in denen die Systeme nicht genau darauf abgestimmt sind, das Management zu kontrollieren und zu regulieren, sind Korruption und Veruntreuung an der Tagesordnung. In den 70er und 80er Jahren, vor der Demokratisierung, begann Chile unter der Leitung einer Gruppe von Ökonomen, die als Chicago Boys bekannt sind, mit der Privatisierung. Zu dieser Zeit war Chile ein Entwicklungsland mit zivilrechtlicher Tradition. Die chilenischen Unternehmensgruppen waren jung und stabil und Anfang der 70er Jahre waren nur etwa 20 Prozent der börsennotierten Unternehmen einer Unternehmensgruppe angeschlossen. Bis 1990 stieg dieser Anteil bei börsennotierten Unternehmen auf etwa 70 Prozent, wobei externe Geschäftsleute einen Großteil der bürokratischen Aristokratie ersetzten, die jahrzehntelang die Kontrolle innehatte. Dies war das Ergebnis dessen, was man als Umerziehungsprogramm bezeichnen könnte. Vielleicht die bis heute umstrittenste wirtschaftliche Entwicklung in Chile. Bis etwa 1973 basierte die Wirtschaft der meisten lateinamerikanischen Länder auf den Grundsätzen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und die Karibik, die ECLAC. Ein starker Staat, Protektionismus und nach innen gerichtete Entwicklung, wobei die Industrialisierung als Weg aus der Unterentwicklung im Vordergrund stand. Natürlich ist dies nur eine anschauliche Art zu sagen, dass der Kontinent ein gemeinsames Interesse an staatlicher Dominanz hatte, da er der Meinung war, dass der Wettbewerb auf dem freien Markt nicht der einzige Weg sei, um in die moderne Industrielandschaft einzutreten. Dies alles geschah allerdings auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und das Land des Weißkopfseeadlers im Norden war nicht bereit, an Boden zu verlieren. Also entwickelten sie mit chilenischen Eliten zusammen einen langfristigen Plan. Sie förderten ein Abkommen zwischen der University of Chicago und der Pontificia Universidad Católica de Chile, kurz PUC, das bereits in den 50er Jahren unterzeichnet wurde und den Austausch von Professoren und Postgraduierten ermöglichte. Hierzu sei angemerkt, dass die University of Chicago seit jeher ein großer Befürworter der Tugenden des freien Marktes ist und den Ruf hat, die Tugenden einer möglichst weitgehenden Deregulierung zu preisen, damit wettbewerbsfähige Unternehmen ungehindert von ineffizienter staatlicher Einmischung agieren können. Am bekanntesten ist diese Denkschule in Chicago mit Milton Friedman verbunden, der zu dieser Zeit dort Professor war, aber eben auch vom Rest der Fakultät weitgehend unterstützt wurde. Wie auch immer, sein Chile-Projekt brachte zwischen 1956 und 1964 26 chilenische Studenten nach Chicago, die später zurückgeschickt wurden, um die PUC School of Economics zu übernehmen. Als sie in Chile auf dem Vormarsch waren, gaben die Chicago Boys auf die Frage nach ihrer Berufung an, sie seien leidenschaftliche Wissenschaftler, die ausschließlich von objektiven Wahrheiten angetrieben würden. Heute argumentieren jedoch viele, dass die Motive weit weniger rein waren, als sie es damals darstellten. Unabhängig davon war dies alles ein langsamer Prozess. Erst 1975 wurde der Anführer der Chicago Boys zum Wirtschaftsminister Chiles ernannt. Dort begannen sie, Anstrengungen zur Bekämpfung der Hyperinflation zu unternehmen, die durch die letzte Regierung verursacht worden war. Die Anstrengungen wären nicht möglich gewesen, wenn die derzeitige Regierung ihnen nicht fast vollständige Autonomie gewährt hätte, denn diese extremen Umstände gaben ihnen die Macht, ihre eigene Art von wirtschaftlicher Schocktherapie durchzuführen. Das Ziel der Chicago Boys bestand darin, drastische Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und Sozialinvestitionen durchzusetzen. Die Industrieproduktion ging 1975 um 28% zurück, während das BIP um 12,9% sank. Nachdem die Chicago Boys am Drücker waren, öffnete die Regierung die Wirtschaft rasch, was eine Liberalisierung der Preise mit sich brachte. Die Zollgebühren wurden von einem Höchstsatz von 94% auf eine pauschale Abgabe von 10% gesenkt und einige höhere Steuern wurden vollständig abgeschafft. Auf dem Höhepunkt war fast die gesamte chilenische Industrie privatisiert, zusammen mit Sektoren wie Gesundheit und Bildung, in dem Bestreben, den Wettbewerbsgeist in der chilenischen Wirtschaft zu wecken. Und für kurze Zeit funktionierte das auch, zumindest teilweise. Die Inflation blieb zwar hoch, sank aber von über 200% auf einen Jahresdurchschnitt von 79,9% und die Strategie des offenen Marktes förderte mehr Handel und Wettbewerb. Dann kam die eigentliche Herausforderung, die die aktive Beteiligung der Chicago Boys an der chilenischen Wirtschaft beendete. Ein Problem, das Entwicklungsländer auf der ganzen Welt plagt, nämlich Exportabhängigkeit in Kombination mit einer veralteten Politik. Als der Kupferpreis fiel, zusammen mit den anderen Hauptexportgütern des Landes, gewann der US-Dollar gleichzeitig an Wert. Mit steigenden Zinssätzen wurde die Stagnation Chiles zu einem riesigen Problem und die jüngsten Verbesserungen und langjährigen Exportstärken schützten das Land nicht mehr vor Veränderungen außerhalb seiner Grenzen. Ein Hauptgrund dafür war, dass die chilenische Zentralbank ihre Währung 1979 an den US-Dollar gekoppelt hatte, wobei der Schwerpunkt auf der Senkung der Abwertungsrate lag. Auch hier war es das Ziel des Landes, die Inflation näher an das internationale Niveau heranzuführen. Die Regierung war auch der Ansicht, dass die Vorankündigung der Abwertung dazu beitragen würde, die Unsicherheit zu beseitigen und die inländischen Zinssätze an die ausländischen anzupassen. Sie hoben Handelsbeschränkungen auf, senkten Zölle und versuchten so der Welt zu zeigen, dass Chile wieder offen für Geschäfte war. Aber neue und alte politische Maßnahmen erwiesen sich als nicht kompatibel. Langsames Kapital, eingeschränkte Kapitalabflüsse und die meisten langfristigen Kreditlinien, die der Genehmigung durch die chilenische Zentralbank unterliegen, machten eine Finanzkrise unvermeidlich. Ein problematisches Indexierungsmodell, das die Löhne automatisch an die Inflation anpasste, löste eine außer Kontrolle geratene Lohnpreisspirale aus. Das BIP fiel 1982 um über 14 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft auf etwa 24 Prozent an und ein großer Teil des Bankensektors wurde schwer beschädigt oder vollständig zerstört. Kurz nach Beginn des Absturzes wurden die Chicago Boys aufgelöst und eine Revolution unter Verwendung einer achtjährigen Amtszeitvereinbarung in der Verfassung des Regimes stellte die Demokratie für Chile und seine Bevölkerung wieder her. Und hier wird es wirklich interessant. Nach der Umgestaltung Chiles dauerte es nur etwa ein Jahr zwischen 1982 und 83, bis sich das Land zu erholen begann. Und seitdem ist das chilenische BIP bis heute relativ stabil gestiegen. Natürlich ist das zu einem großen Teil auf Chiles legendärem Status als weltweitem Kupferlieferanten zurückzuführen. Als weltweit größter Produzent ist Chile für ein Drittel der gesamten Weltproduktion verantwortlich und es ist nicht zu erwarten, dass sich das in absehbarer Zeit verändern wird. Wenn überhaupt wird Chile höchst wahrscheinlich von der gestiegenen Nachfrage profitieren, weil ein erheblicher Teil der modernen Technologie auf die Leitfähigkeit des Metalles angewiesen ist, um zu funktionieren. Es gibt noch andere Teile der chilenischen Wirtschaft, die sich als recht wettbewerbsfähig erweisen. Einem Bericht aus dem Jahr 2022 zufolge machen die Landwirtschaft und verwandte Sektoren etwa 27 Prozent der nationalen Exporte aus. Derzeit dominiert jedoch der chilenische Dienstleistungssektor, der 54,3 Prozent zum BIP des Landes beiträgt und etwa 70 Prozent der Bevölkerung des Landes beschäftigt, was den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften sehr ähnlich ist. Das sind alles gute Zahlen. Zahlen, die oberflächlich betrachtet zu einer fast universellen Verbesserung des Lebensstils der Bevölkerung führen sollten. Und doch war das, was gut für Chile war, nicht unbedingt gut für alle Chilenen. Als die Chicago Boys gingen, war ihre umstrittene Politik größtenteils nicht gut für das Land. Sicher, ein Teil der dramatischen Privatisierung wurde gezähmt, um Sozialprogramme zu verbessern und wiederherzustellen, aber die vielleicht zu wirtschaftsfreundliche Regierung bzw. deren Fehlen blieb unverändert. Zwischen 1990 und 1998 wuchs das zuvor lahmgelegte chilenische BIP jährlich um 7,1 Prozent. Die Inflation sank auf 11,7 Prozent und die Arbeitslosigkeit ging auf 7 Prozent zurück, während die Armut stetig sank und 2017 bei 8,6 Prozent lag. Für einige war dieser wirtschaftliche Wohlstand das Ergebnis der Bemühungen des Chicago Boys, die Wirtschaft zu befreien. Sie argumentieren, dass das Wirtschaftswunder nach der Demokratisierung eingetreten sein könnte, aber dass die Wirtschaftspolitik von Natur aus langsam sei, was bedeutet, dass alle Vorteile, die das chilenische Volk heute hat, aus den in den 70er und 80er Jahren gepflanzten Samen hervorgegangen sein. Kurz gesagt, sie vermuten, dass die Akzeptanz der Regierung für die Politik nach der Revolution an sich schon ein Beweis dafür ist, dass sich die Wirtschaft ohne sie nicht verbessert hätte. Für die Kritiker ist das eine unvollständige Geschichte und sie haben ein ziemlich stichhaltiges Argument. Der Hauptgrund hat mit den Auswirkungen dieses Wunders auf die Vermögensverteilung zu tun. Ja, Chile hat ein für die Region beeindruckendes Pro-Kopf-BIP von etwa 16.600 US-Dollar. Allerdings verdient die Hälfte der chilenischen Arbeitnehmer jährlich 6.320 US-Dollar oder weniger, etwa 550 US-Dollar pro Monat. Etwa 50 bis 60 Prozent des Einkommens werden von den reichsten 20 Prozent der chilenischen Elite verdient. Dies wiederum verschärft die Vermögensungleichheit, weil es sehr schwierig ist, bei einem Einkommen zu sparen, das im Vergleich zum nationalen Durchschnitt, der durch die oberen Schichten stark nach oben gezogen wird, relativ niedrig ist. Zwischen 2019 und 2022 erlebte Chile eine Reihe katastrophaler Proteste, die Sachschäden in Höhe von schätzungsweise 3,5 Milliarden Dollar verursachten und zum Verlust von etwa 300.000 Arbeitsplätzen führten. In den letzten Jahren hat sich die Regierung zunehmend offen für Zugeständnisse gezeigt und sogar angeboten, die Verfassung zu ändern, um die Bevölkerung zu besänftigen. Es wird jedoch schwierig sein, diese Forderungen zu erfüllen, ohne die internationalen Unternehmen mit großen Niederlassungen im Land zu verschrecken, die für einen Großteil des Erfolges mitverantwortlich sind. Kann das Land diese Bedenken also angehen, ohne die globalen Lieferketten durcheinander zu bringen? Nun, Sozialreformen könnten ein guter Anfang sein. Wenn ein Teil des Reichtums der Schlagzeilenmacht in einfache Dinge wie die öffentliche Bildung investiert wird, kann dies nicht nur den Unternehmen die Möglichkeit geben, im Wettbewerb zu bestehen, sondern auch ganz allgemein die Gesamtproduktivität steigern. Das Problem bei diesen idealistischen Lösungen ist jedoch, dass sie Zeit brauchen. Wenn man heute in die Bildung eines Kindes investiert, dann zahlt sich das erst aus, wenn es in die Arbeitswelt eintritt. Die gute Nachricht ist, dass sich die Situation langsam verbessert. Heute liegt die Einkommensungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten genau auf dem Niveau der USA und ist deutlich niedriger als in den Extremen 1980er Jahren. Um fair zu sein, sind die USA nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für soziale Gerechtigkeit und, vielleicht noch wichtiger, sind sie insgesamt ein viel reicheres Land. Auch wenn die Einkommensverteilung ähnlich sein mag, haben ärmere US-Arbeitnehmer insgesamt immer noch einen viel größeren Anteil am Einkommenskuchen. Wie auch immer, wenn Chile echte Veränderungen vornehmen will, um seinen Ruf der Stabilität in Lateinamerika aufrecht zu erhalten, wird es letztendlich Reformen einführen müssen, die viel größere Geldsummen an die unterbezahlten Arbeitskräfte in anspruchsvollen Branchen umverteilt, was zumindest ein Teil des Systems zu fördern scheint. Sie werden auch diversifizieren müssen. Selbst wenn der Bedarf an Kupfer und Lithium steigt, die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen hat sich noch nie als nachhaltig erwiesen. Auf den ersten Blick ist Chile eine prosperierende Wirtschaft, mit einem der höchsten Pro-Kopf-BIPs auf dem Kontinent. Selbst nach den jüngsten Ergebnissen. Aber es ist ein Land, das von einer Art Ungleichheit geplagt wird, die einen großen Teil dieser Stabilität und dieses Wachstums ernsthaft untergraben kann. Selbst wenn es sich nicht um eine regelrechte Revolution handelt, werden Menschen in schwierigen Situationen politische Persönlichkeiten unterstützen, die extremere Lösungen für diese drängenden Probleme anbieten. Jetzt ist es an der Zeit, Chile in die wirtschaftlichsten Rangliste aufzunehmen. Beginnen wir wie immer mit der Größe. Chile hat ein BIP von 335 Milliarden US-Dollar und ist damit die 45. größte Volkswirtschaft in der Welt, knapp hinter Pakistan und knapp vor der Tschechischen Republik. Trotz seiner relativen Stabilität und seines Wohlstandes liegt es damit rein von den absoluten Zahlen her immer noch hinter seinen Nachbarn Brasilien, Argentinien und sogar Kolumbien und erhält eine 6 von 10. Das liegt vor allem daran, dass Chile mit nur 19,5 Millionen Einwohnern deutlich weniger Einwohner hat als diese anderen Länder, was bedeutet, dass das Pro-Kopf-BIP mit etwas über 17.000 US-Dollar deutlich höher ist. Damit ist Chile eine der produktivsten Volkswirtschaften der Region. Pro-Kopf gerechnet liegt es nur knapp hinter Uruguay und Guiana, die beide insgesamt viel kleinere Volkswirtschaften sind. Damit liegt Chile etwa 50 Prozent über dem weltweiten Durchschnitt des Pro-Kopf-BIP und erhält eine Bewertung von 6 von 10. Stabilität und Vertrauen sind gut für die Region, was es zu einem beliebten Ziel für internationale Unternehmen und Betriebe macht, die in Südamerika Geschäfte machen, aber nicht direkt der politischen Instabilität ausgesetzt sein wollen, von der viele andere Länder betroffen sind. Chile hat eine recht robuste Währungsstabilität, gute Eigentumsrechte und die zweitniedrigste wahrgenommene Korruption auf dem Kontinent direkt hinter Uruguay. Es ist zwar noch lange nicht perfekt und die übermäßige Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen und ein allgemeiner Widerstand gegen die freie Hand, die Unternehmen in den letzten vier Jahrzehnten in der Nation hatten, könnten die Dinge durcheinander bringen. Um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen so, als hätte man die schönsten Zähne in Großbritannien, wenn man das stabilste Land in Südamerika ist. Wie auch immer. Es bekommt eine 7 von 10. Das Wachstum war stark, wenn auch etwas wackelig in den letzten 10 Jahren, mit Höhen und Tiefen, die durch Veränderungen der Rohstoffpreise und Investitionszuflüsse verursacht wurden. Es bewegt sich aber immer noch in die richtige Richtung und bekommt auch hier eine 7 von 10. Die Industrie wird durch das unternehmensfreundliche Umfeld stark unterstützt, aber hier muss ein Spagat gemacht werden. Es besteht ein Unterschied zwischen der Erleichterung der Gründung neuer Unternehmen und der Tatsache, dass internationale Unternehmen die Wirtschaft dominieren. Da die Feinabstimmung dieses Gleichgewichts noch aussteht und das Land stark von Rohstoffexporten abhängig ist, erhält es hier eine 6 von 10. Insgesamt ergibt das für Chile eine sehr respektable Durchschnittsnote von 6,4 von 10, womit es hier auf der Wirtschaftswissen-Rangliste steht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!